Treibt Habeck Millionen Rentner in den Volksaufstand? Heißer Herbst 2022 erwartet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Eines können Sie mir wirklich glauben, ich bin selten sprachlos, aber was aktuell in der Berliner Politik so abläuft, vor allen Dingen was Herr Habeck jetzt vor wenigen Tagen angekündigt hat, treibt vielen Menschen Wut und Verzweiflung in das Gesicht. Und wir hören es ja fast jeden Tag und wenn man sich mit privaten Leuten unterhält oder auch mit Kunden in meiner Kanzlei unterhält, ist es ein einhelliges Thema. Das, was jetzt an Gaspreisumlage durch Habeck gefordert wird, ist gelinde gesagt eine Schweinerei. Die Gasumlage soll zum 1. Oktober 2022 kommen. De facto die gesamte Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland wird zusätzlich zu den schon gestiegenen Gaskosten nochmal zur Tasche gebeten, zum Portemonnaie aufgemacht. Wer Fernwärme oder Strom hergestellt aus Gas oder selbst Gas bezieht, darf eine zusätzliche Umlage von bis zu 5 Cent zahlen. Im schlimmsten Fall über 1.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Mehr im Jahr für einen Haushalt, so die Prognosen. Was Habeck ankündigt, treibt die Menschen wirklich in die Wut und Verzweiflung. Die Ärmsten in Deutschland können schon alleine die gestiegenen Gaspreise nicht mehr zahlen. Also stelle ich den Herrn Habeck doch mal ernsthaft die Frage, wie soll denn ein Mensch mit 1.000 Euro Rente auch noch die Umlage bezahlen. Und der Wahnsinn hinter dieser Umlage ist, dass wir Energieunternehmen vor einer möglichen Pleite retten sollen. Das wäre ja an sich kein abwegiger Grund. Wenn wir aber Unternehmen, Energieunternehmen wie RWE oder Wintershall retten sollen, die Milliarden Gewinne einfahren. Und zwar mit dem Verkauf von teuren Strom und Gas. Und dass sich der BASF-Vorstandsvorsitzende hinstellt und jammert, dass es ohne Gas ganz schlimm für sein Unternehmen demnächst aussehen wird. Das mag ja alles sein. Aber er verschweigt, dass BASF an Wintershall kräftig beteiligt ist und dort schöne Dividende zieht. In anderen europäischen Ländern werden solche Unternehmen ohne Probleme mit Übergewinn besteuert und Menschen sozial abgefedert. Im Bundesrat ist am Widerstand der FDP unter anderem eine Übergewinnsteuer gescheitert. Und was Habeck ankündigt, wir dürfen im Gegenzug die Menschen mit den gestiegenen Gaspreisen nicht allein lassen. Mehr nicht. Entlastung wird es aller Voraussicht nach erst 2023 geben. Habeck weiß ganz genau, was passiert, wenn nicht ein milliardenschweres Entlastungspaket für uns alle kommt. Und zwar nicht erst 2023, sondern sofort. Spätestens zum 1.10.2022 muss hier was passieren, Herr Habeck. Sozialverbände, Ökonomen, Sozialwissenschaftler, sogar Funk und Fernsehen warnen, wenn hier nicht bald Greifbares und auch wirklich Entlastendes kommt, kann es Aufstände in der Bevölkerung geben, bis hin zum Sturz der Regierung. Punkt. Ich kann nur alle diejenigen warnen, die jetzt schon wieder der Meinung sind, man müsse das Streikrecht für solche Fälle dann einschränken. Also das halte ich für, gelinde gesagt, eine Riesenfrechheit, dass es schon wieder solche Meinungen gibt, die getrieben vor Angst sind, dass man das Streikrecht der Menschen in Deutschland einschränken sollte. Ich kann nur alle warnen, die Hände davon zu lassen, denn Streik und Demonstrationen sind ein verfassungsrechtlich legitimes Mittel, um demokratisch Veränderungen herbeizuführen. Auch wenn es Massenstreik und Generalstreiks geben sollte, ist dies legitim und zwar im Rahmen der geltenden Verfassung. Die Bundesregierung macht nichts anderes, als den Menschen in Deutschland keine andere Wahl zu lassen, als auf die Straße zu gehen und für ihr Überleben zu kämpfen. Hier geht es um eine Überlebenssache für viele Menschen. Wohin solche Streiks und Aufstände führen, hat uns Kasachstan im Frühjahr 2022 gezeigt. Herr Habeck, gehen Sie nicht zu weit. Setzen Sie unseren sozialen Frieden nicht aufs Spiel, nämlich auch den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Was bei einem Volksaufstand auch mit Ihnen persönlich passieren könnte, sollte Sie nicht kalt lassen. Helfen Sie allen Beteiligten und nicht nur der Wirtschaft. Solidarität für uns alle. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr besorgter Rentenberater Peter Knöppel.